Beweise, dass die Basilen nicht echt sind. Ach, was soll's. Ich glaube, ich mach Mittagspause. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Dann würde ich jetzt als Tierarzt arbeiten. Hallo, dürfen wir euch nochmal ein paar Fragen stellen? Zuhörer, natürlich. Frag mich alles. Öff, Flötenasen. Was denkt ihr über die Flötenasen? Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Das stimmt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau. Und er hat das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Hm. Und dann herausgefunden hat, was Conroy getan hat? Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh. Wow. Ha, 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 ha. Das hat Spaß gemacht. Können wir bitte gehen? Ich weiß nicht, wie der Typ auf solche Ideen kommt. Total verrückt. Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht. Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten? Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König Schmönig. Ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Interessante Kassette. Was ist das? Oh, das. Das ist das Startmodul eines Basilen. Ich konnte es sicherstellen. Es ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Früher hatte ich eine Flüstertüte. Eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja. Naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Hm, das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen. Manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge. Wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. Kommt da noch was? Nee, okay. Hat gerade im Ding festgegangen, im Dialog bisher. Mir fällt gerade darauf, dass das Startmodul auch dieses komische Rätsel, Emil Conroyalisten, Vorbau der Barfrau-Symbol hat. Okay. Wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Okay. Bis bald. Ich frag mich halt nur, warum. Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Wappen oder was auch immer das sein soll, auch schon im ersten Teil existiert hat. Eine Flasche. Nur für Erwachsene. Okay. Also nicht für mich. Ist mir doch egal. Einschlafen. Er umklammert die Flasche, als wäre sie ein alter Freund. Ja, das kenne ich. Äh, hattest du vor? Okay, ich hab gedacht, vielleicht sagt sie hier in dem Gebiet was anderes. Wollten wir mal gucken. So, Figur. Hm. Sie bewegt sich wie in Zeitlupe. Aha. Willkommen in ein... Alt-aspen. Das ist ja schön, ihr. Viel. Leicht. Sollten. Wir. ... uns umsehen. Oh, so viele Odd-Spots. Was ist das eigentlich für ein komischer Hut? Das könnte praktisch werden. Was, der Hut? Zu weit weg. Hab's verstanden. Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn dir was passiert. Huck passiert nichts. Huck passiert anderen. Endlich! Nimm ihn! Nicht doch! Okay. Kann ich irgendwas mit dem Schlafenden machen? Ich möchte lieber nicht stören. Oh, dann wechseln wir zu Laura. Ich will immer stören. Dem habe ich nichts zu sagen. Ja gut, das ist... Ja. Schweinerei. Gib dann einfach nicht her, das ist das ja. Ich muss aber schon gegen irgendwas austauschen. Zum Beispiel gegen diese Fischgräte. Hier, da kriegst du eine Fischgräte. Nicht rumblödeln. Ich muss die Welt retten. Nein, Laura, nicht du musst die Welt retten, sondern Robert muss die Welt retten. Obwohl, das kann ja gar nicht alleine. Dafür ist ja viel zu doof. Okay, was ist hier hinten? Ein Windbrunnen. Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Außer dir. Wir haben für Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht. Es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase. Alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast? Gar nichts. Nichts. Mir geht's gut. Pass auf. Ich mag es, wenn du das spielst. Wow. Total schön. Was zur Hölle ist das denn? Oh. Sieht aus wie eine große, strobelige Wollmaus. Ach du Scheiße. Gehe mit R2 ins Inventar und wähle einen Song aus. Ach gut. Wenigstens muss ich nicht mehr... Ähm. Muss ich... Moment. Ich find das einerseits gut und andererseits schade, dass ich nicht mehr selber die Noten spielen muss, wie im ersten Teil damals. Ja, das ist so schön. So. Wir haben Wind gemacht, Laura. Ist das schön. Äh. Hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Welcher Kuss? Äh. Nicht mal für Wind gibt's nen Kuss. Schweinerei. Okay. Das sieht bröselig aus. Kann ich das mitnehmen? Das ist zu schwer für mich. Kann Laura das mitnehmen? Kann die auch Wind spielen? Äh. Ähm. Moment. Ah ja. Der wechselt dann wahrscheinlich automatisch zu Robert, oder? Ja. Genau. Er wechselt automatisch zu Robert. Okay. Wir haben einen Nasenschoner. Und eine Steinspitze. Das ist eine abgebrochene Steinspitze. Ich habe eine Idee. Wir verbinden das beides miteinander, weil... Keine Ahnung. Die ist doch schon abgebrochen. Ja. Gut. Ach, das können wir bestimmt als Hebel benutzen. Ein Windbuch. Da möchte ich nicht runterfallen. Ist das sicher? Rasiermesserscharfe Flügel. Beeindruckend. Das finde ich jetzt so geil. Das Pony sieht ziemlich heruntergekommen aus. Ist das noch irgendwas? Altaspen. Abgrund. Ich sehe die Spitzenfelsen am Stadttor. Was hier runterfällt, hat schlechte Überlebenschancen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Verlangen, Roboter runterspringen zu lassen. Ich kann die Hauptstraße sehen. Geht ganz schön tief runter. Oh Gott, ich darf alles mit allem nochmal angucken. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Hm. Es dreht sich ganz langsam. Ganz langsam. Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Hm. Können wir doch mal überreden. Ich bin doch hier. Dass du nicht mitgenommen hast siehst. Oh, was machst du da? Genieß Aussicht? Wein sein. Sicher? Nein. Gib dir unten etwas. War mal ein Bing-Pferdchen, aber jetzt bin er. Betrachtet wir außerdem sind Knochen und Schnüssen. Okay. Wow, Laura, das zählt. Hallo. Bingo-Pferdchen. Didi-Belle aussehende Pferd. Ich verstehe. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulub eine Aubergine verprügelt. Alohan. Dann bin ich abgehauen. An deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura. Danke. Und Pärtchen. Äh. Wärst nicht höp? Oh, als hansinnig gut sehen. Unrisch. Gib dich aus als seh. Stimmt. Sie sieht schlimm aus. Nicht auf dein Gezentrieren. Laura, wir haben... ...irgendwie das Einhorn abge... ...und mein Felder getrevetzt. Ich hab meinen Ball verloren. Sicher? Dein Fell nicht. Laura! Oh. Das Ding ist super lich. Glückshuf. Wobei, Rion, das glaube ich jetzt schon. Ganze Bingo. Die schönsten Ponys Asposien. Wahrscheinlich auch die einzigen. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über andere Leute Träume zerstören gesagt? Nicht Bingo. Was stimmt nicht mit dir? Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Dann geh doch zum Friseur. Einhorn. Was ist denn mit deinem Horn passiert? Oh. Das ist der Grund ausendlich hier. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Normaler Tag. Mist. Und ich hab meinen Bingo-Ball getreten und die Leute... Das war echt nicht meine Schuld. Ganz plötz. Und ich bin gegen zu wissen. Wo hast ihr das Horn? Ich hab beides aus noch. Bist nur eine Nade darauf. Theoretisch. Das ist in Ordnung. Bäh. Ansage hat auch gemein. Hab ich n. Wenn. Bitten unsere. Dinn. Dinn. Im letzten Mal. Überleg. Danach so aus. Hm. Ich. Die anderen Bingochen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher... Bring in den Abgrund. Okay. Sensibel. Nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt. Ist. Ich tu's raus. Du. Hm. Und steinsch. Der Lehm ist zu trocken, um irgendetwas damit anzufangen. Dann spuck halt drauf. Oder sonst was. Ich muss zu dem Fluss zurück. Und dann heißt es bestimmt. Dann würde doch weggespült werden. Aha. Wundertüten. Es wird schon einen Grund. Als hatte er seine Aus. Verkäufer. Kunde. Wow. Offen was. Mit alles jeder. Dennoch so im Angebot. Das. Wie ist das Posi? Ich bräuch. Na. Wie zum Beispiel. Oh nein. Erstmal das. Ah. Ja. Das vergesse ich ja. Der war fe- äh. Von allen verwöhntesten Teilen schon. Und er hat ja immer und alle Männer so nie reif gewachsen. Hm. Was ist denn da drin? Der Sinn einer Eis was drin. Ganz viel Eisen in der Tante uns gesagt. All zu sehr. Von der ich je. Ich mag Karine Wundertüte sehr überrascht. Ich. Und ich nur klick. Mal auch ein Hufeisen. Und froh sein, dass wir nicht in China sind. Weil da müsstest du's angeben, wie hoch die Chance ist, dass da ein Hufeisen drin ist. Kann's froh sein. Obwohl. Dann würde er wahrscheinlich einfach nur irgendwas anderes verkaufen. Und ne Wundertüte gibt's halt gratis dazu. Äh. Blizzard. Overwatch. Ähm. Geschäft. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich hab auch viele Sachen selbst gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also ich hab da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Keine Ahnung. Ich finde das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Was? Haha. Wer braucht denn sowas? Haha. Kein Asposer, den ich kenne. Aber vielleicht Probleme lösen. Oder ich hab einen Süßjemand sein Geld ver... Ich nenne es Bank. Genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das gleiche wie betrunken. Man ist eher hebelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut. Ähm. Dann vielleicht ein andermal. Ja. Wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super. Danke. Danke. Ich dachte schon, ich könnte das jetzt kaufen vom Wechselgeld und dann dem schlafenden Typen geben, damit er uns den Alkohol gibt. Weil das braucht er dann ja nicht mehr. So, Windbrunnen. Und was gibst du, was hast du über den Windbrunnen zu sagen, koscher Verkäufer? Warum ist euer Laden denn hier oben? Gute Frage. Hier kommen so wenige Leute hin. Hä? Eben. Ha! Genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht, kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Ja. Das ist genial. Stimmt. Ach, Flötennase. Ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Ist ja auch nicht schlimm, wenn Asposien sich selbst zerstört. Also von dem her. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. So lange nicht einer Asposien zerstört. Also so lange, wenn Asposien sich selbst zerstört, ist das vollkommen in Ordnung. Da hab ich nichts gegen. Da steht, Achtung, extra starke Chili. Nur für Erwachsene. Mhm. Mhm. Ah, ja. Ich wechsle mal ganz kurz zu Hack. Und dann gucke ich nach, ob's hier noch irgendwas gibt. Aha. 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 Und dann legen wir jetzt den Lehm in den Fluss. Bzw. Ich versuche es. Obwohl Robert dann wahrscheinlich sagen würde. Nein, halt. Das kann ich nicht machen. Der Lehm würde nur weggespült werden. Ich brauche vorher noch ein Sieb oder sowas in der Art. Kann ich fast schon garantieren. Ich bin einerseits erleichtert und andererseits enttäuscht, dass das so einfach war. Ich kann leider nicht töpfern. Ich kann leider nicht töpfern. Conroy hat mir kein Hobby erlaubt. Oh, Junge. Was ist das nur für ne Memme? Das möchte ich nicht nachbauen. Du sollst das ja auch nicht nachbauen. Du sollst mit dem, du sollst den Lehm unten dran kleben. Du schmeißt jetzt den Lehm in Robots Gesicht. Soll ich das für dich tragen? Du sollst die Steinspitze nehmen und sollst ihn unter das nassen Lehm an die Steinspitze tun. Und dann die Steinspitze an das zerbrochene Horn von dem Einhorn kleben. Also von dem Pony kleben. Und dann hat er wieder ein Horn. Die ist doch schon abgebrochen. Die ist doch schon ab. Also gut, also gut, also gut, also gut, also gut, da, 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 da. Dazu fällt mir. Mir aber. Juhu. Ja. Willkommen in Altaspen. Ja. Okay. Ich habe gedacht, das ist... Das Symbol habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, oben beim Dingel. Warte mal. Warte mal. Ich erinnere mich an eine bestimmte Stelle im ersten Tag. Da gab es auch ein Steintor. Das nur mit dem richtigen Lied aufging. Glaub ich. Ich bin mir nicht 100% sicher. vor Ort. Ich bin jetzt einfach so. Wo wurde es.